und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft heute das weihnachts special 2022 mit dabei ist der crafter 63 wir spielen heute minecraft weihnachts mini games auf cubecraft hypixel und mineplex und jetzt legen wir los snowman survival wäre toll keine anleitung oder sonstiges select a first snowman selecting a first snowman oh ich hilfe don't get hit by a snowball also knapp du musst uns treffen oh ich gott das sind riesen schneebälle hilfe und jetzt habe ich keinen mehr oder was also die schneebälle sind ach man kann die wieder aufsammeln ja das muss einem ja einer sagen wenn ich wieder aufsammeln kriege ich einen super sprung oder einbelegen haste max äh misst naja das ist das wollen wir uns hier ja ich sag schnee jetzt bist du ein schneeband jetzt bin ich ein schneeband ja ja der wird die explosive sein oh ne eine wand hilfe hat einfach einer eine wand einstecken jetzt habe ich habe einen gekochen durch den sprung von schneeband jawohl wie wird der decoy player hat wahrscheinlich hunde verlassen weiß nicht was decoy heißt da vorne ist einer ja ich wurde stand ok danke fürs spiel verstanden so weit ja genau genauso wie letztes jahr ich werde das texture pack was ich heute benutze wieder in den kommentaren verlinken ich wundere dass dieses jahr so wenig leute weihnachts skins haben irgendwie ich habe neulich schon mal reingeguckt mein klappt nur wieder und ich habe irgendwie keinen einzigen sinn mit irgendeinem weihnachts skin wo der drüben hat ein bär mit lichterketten das zählte euch ja das dauert sich irgendwie so ich bin getrackt by a snowman oh gott vor 10 sekunden bin ich jetzt glowing und mich hat einer getroffen mal danke weihnachten jetzt doch jawohl haben wir gewonnen haben wir gewonnen ja jawohl gut gut dann hätte ich gesagt gehen wir mal gleich zum nächsten server gut gut also dann ähm machen wir weiter und zwar haben wir hier ja es ist schon wieder ein jahr her das ist auch toll es gab weihnachts special 1 war es special 2 mein geburtstagsvideos und dann kommt wieder ein weihart special ich wollte es eigentlich noch zwischen etwas anders hochladen aber ich schaffe es wahrscheinlich jetzt nicht mehr deswegen kommt jetzt erst das noch nicht gut ich würde das noch slow fight machen weil ich meine auch nicht auch dass wir letztes jahr eigentlich drei spiele hier hatten aber ich weiß nicht jetzt ist schwarz so sehr schön jetzt sind es nur noch sieben aber passt dann die runde startet ist mir nicht ach so es dürfen bis zu 16 spieler sollen übrigens das war das mit dem schneeball schlacht ich bin übrigens nicht mit dem team auch nicht jetzt habe ich gerade schon eine super gästlich schlau mal ja hast du das war tatsächlich keine absicht habe ich erst genommen die ich gesehen habe auch gott ich bin komplett nicht mal schüchtern gelaufen jetzt kommt mir eine vorgeschossen ja der komplette spielfeld rennen überall durch durch alle anderen kämpfe nur um den blauen zu finden holen jetzt sind wir beim grünen und die roten stehen doch irgendwo es gibt einen Adventskalender reward bei 200 schneebanks holt naja knapp noch 40 60 machen wir noch und auch nicht naja guck mal mein teamkollege hat gewonnen anscheinend eieieiei ein vollwerfter jawohl gut genau jetzt sind wir auf high pixel und machen dann weiter mit dem nächsten spiel das war glaube ich der cringe simulator wieder mal gut 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 da unten drinnen gehts Mensch Simulator vor zwei und wieviel Geschenke? schon gefunden ja mal zweiter Squad aha ich hab äh drei ah da unten ist eins ich bin gerade an einem vorbeigesprungen was ist noch eins? wahrscheinlich findest du nach wieviel so eine bombe und überholst dann wieder alle gefühlt hm freu dich fragst du ob ich das alles weiß ich hab neulich alle videos teilweise angeguckt weil ich überall in den kommentaren ähm zum upload datum und die zu dem upload datum aktuelle abonnentenzahl eingefügt hab ich hab nur überlebt ob ich äh jetzt vielleicht dann noch das aufnahmedatum reinschreib aber weiß ich nicht ah wenn man wieder bissl raus ist zwischen aufnahme und ahja ja die videos die demnächst kommen könnt ihr euch freuen die sind von anfang des jahres also anfang 22 beziehungsweise ende 21 das wird spaßig wir hören mir wahrscheinlich komplett anders an wobei ich auch jetzt krank bin ein bisschen aber gut gut jetzt schon drei jetzt abtönen drei ich hab äh sieben acht ja eigentlich von denen sind auf den haustechner oder drauf ja ja auf den haustechner ja ist schon schwierig musst du wahrscheinlich über einen baum oder so hochgehen denk ich wohl ja hier ist ein jump in land wenn ich nicht komplett so doof wäre da hochzukommen ja jawohl eins zwei vier fünf welche lohnen sich doch da komm ich nicht drüber doch ich hab jetzt gerade 18 hm jetzt schlechter specht da haben sich die dächer gelohnt jo und sechster also auf die dächer ja ja das handiert sich ich hab aber das alte video angeguckt einmal gesagt an wieviel geschenken willst du denn noch vorbeirennen ich bin mindestens an fünf stück vorbeigelaufen in dem video also wirklich ja die ja die man gar nicht da läuft gar nicht so richtig wieviel es war ja hab auch einen gefunden hier bei mir auf dem dach sind irgendwie keine zu sehen oh shit runtergefallen oh yeah na nett und darüber ich hab grad zehn und wenn es wieder kunden unter einem baum direkt einfach draußen okay hm ja ich hab's versteckt ich sehe was hattest du mit den dächern das lohnt sich das sind die kisten die man nicht aufmachen kann was für das Nachher, wenn du das Video anschaust, hundert Stück auf einem Raum. Hundert Stück drauf! Ob er lachen! Äh, klar. Da leckt's wieder. Ui. Ui. Mit der Abdicht. Schenk. Sehe ich mir die oben aber irgendwie auch keine mehr. Oh, da ist nur eins auf dem Eis. Ah, da ist noch eins. Äh, meins. Jawohl. Da ist auch noch eins. Schnell. Zehn Sekunden, jawohl. Sechster, schon wieder. Nett, nett. Siebter. Aha. Gut, gut. Also dann einmal noch mal Santa-Sais. In der Festtags-Edition. Professionell. Ehe auf dem Bruch steh. Ja, ich steh ja noch auf dem Bruch. Steh. Achja, das... Wie hab ich letztes Jahr gesagt? Äh... Das Zeug anklicken? Nee. Links klicken auf den Mist da. Ach, Mist. Ich seh da nur Zeug. Okay, dann hab ich das Zeug da. Ne, wär's nimmer. Ich hab's neulich angeguckt, das Video zu. Verlierweise beim Beschreibung ändern. Leatherportal hat bei mir aber nicht geladen, aber passt. Ja. Boah, einfach direkt das, was meine Hand hat. Oder hart nachzumissen in der Hand. Ja. Ja, der eine hat einfach so Feuerwerkspartikel hinter sich. Ja. Schaut's auch. Schleime schließen. Schöne blaue Slimes. Schleime schlafen. Ja. Schleime schlafen. Schleime schlafen. Schleime schlafen. Schleime schlafen. Schleime schlafen. Ich hab's ja verletzt. Schleime schlafen. Hey, man wird wenigstens nicht mehr versagen geklickt. Immer glücklich, das ist hier drin. Ja. Das ist ja nett. Was ich eventuell auch mal erwähnen kann, ja. Wenn ich tatsächlich so viel Zeit habe, wie ich denke demnächst, dann könnte es sogar sein, dass ich tatsächlich mal meine Versprechen vom Dreivierteljahr erfüllen und mal auf dem Zweitkanal was anderes hochladen, außer eine Kanalvorstellung. Mal schauen, bitte schauen, bitte schauen, mach mal schauen. Hint schon. Ne? Bin nicht gut. Der Platz, man weiß es nicht so genau. Schade, Schade. Noch eine Runde, wie man gesagt hat. So. Hier sind mehr Leute mit Weihnachtshüten, aber das kann auch sein, dass das vom Server kommt, ich weiß es nicht. Ne, kommt es nicht. Hier haben mehr Leute Weihnachtshüte auf. Ja. So, gemischt. Drei? Mit mir vier? Ich weiß es nicht. Das ist übrigens neu, das kann ich noch nicht mit dem Knopf drücken. Das hat bisher auch nicht gekonnt. Du holst den Knopf da. Gibt es einfach zwei. Oh ja. Äh. Bitte vergisst du nicht zu spüren, glaube ich. Boah. Das ist auch ein wenig kritisch. Wenn man da so schnell springt, ohne zu gucken. Hat sie meint, das was du gemacht hast? Oder nicht? Ja. 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 Scheitere einfach komplett. Oh, der ist wieder. Der ist wieder. Krass. Oh, das ist keine gute Runde. Und roten. Kurz das Wasser schluckeln, nicht passt es. Oh Gott. Eieieiei. Ah, die sind bis jetzt auch bis. Nein, 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 nein. Stumpf wie die anderen. Zweiter. Schnell ist es gar nicht. Ich weiß nicht, wie schnell ich kann. Fünfter Platz. Ich muss sagen, deutsche Server sind von Namen her schon witziger. Weil da sind deutlich mehr öfter Wortspiele drin. Englische Wortspiele. Entweder, die das man kennt. Als ich kennt, ist es auch nicht so viel. Aber, äh, ja. Ich glaube nicht, dass so viele Leute sind. Irgendwie in Deutsch. Ganz oft. Kann nicht die Kuh da sein, oder? Ich muss mal kurz überlegen, was mein Dropknopf ist, weil ich ja nicht auf Kuh droppe, sondern mit Grad-Symbol, damit ich meine Diash besacken und so nicht in Lava schmeiße. Das ist mir tatsächlich einmal schon passiert in der Single-Player-Wild. Hm. Schön, neue, neue Diamantspitze gecraftet und direkt in Lava rein. Jawohl. Das ist mir ärgerlich so aus. Und ich glaube immer noch, dass mein erster Tod Minecraft tatsächlich war, weil ich von, ähm, Kies erstickt bin, in meinem Mimenschaft. Boah. Bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Darüber schon. Vermutlich mit Lava oder so, aber mit Kies. Hm. Ja. Also, mein erster Tod, wo ich Minecraft selber besessen habe. So, ich hab's ja bei fremischen Mimenschaften gespielt sonst. Aber ich denke, da bin ich auch wahrscheinlich schon gestorben irgendwann. Aber, äh, ja. Der erste Tod auf meinem Account war, glaube ich, Kies erstickt. Hm. 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 Hauferdung, Leute. Sehr schön. Ja. Ist auch gut, dass ihr die Anweisung übersetzt und die Items halt nicht. Ja. Hey, zweiter, ja wohl. Zelter sogar. Gut, dann war's das mit der Minecraft-Folge von den Minigames. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Und, ähm, wir hören uns dann im nächsten Video wieder, was voraussichtlich Krankenhäuser B sein wird. Bis dahin. Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.